Jägermeister. Dregger weg. Dreh nicht weiter. Dreh weg. Sei nicht so ein Mädchen, alter, klopf jetzt all die Digger weg. Der letzte Gast in der Dorfdiskotheke Dreh z Abbrahmsachsen In seiner komischen Pfähl. Jägermeister, dreh weg. Dreh nicht weiter. Dreh weg. Sei nicht so ein Mädchen, alter, klopf jetzt all die Dinger weg. Der letzte Gast in der Dorfdiskothek Dreh z Abbrahmsachsen In seiner komischen Pfähl. Herr Grüß Dier, ich bin Gustav. Also ich bin hier Gangbang-Coordinator, aber ich hab hier 30 Euro gekriegt vom Kumpel Hasan. So, wir machen jetzt das Mischungsverhältnis von Jägermeister Red Bull. Oder Jägermeister Energy. Irgendein Energy, ist scheißegal. Nee, Red Bull nimmst du nur, weil du ne Fonze bist. Prost, ne? Gustav, zeig mal deine Augen, da bist du aufs Teile, Alter. Gustav, was ist hier aufs Teile, Alter? Ich bin richtig hart. Funzen! Das wird ein schlechter Schauspieler, Alter. Der Trick ist, wenn du dir Eis rausholst, dass du vorher pissen warst und die Hand nicht gewaschen hast. Das schmilzt die ganze Sache und macht sich viel aromatischer. Mhh, lecker. Ja, das ist auf jeden Fall Birgitten hier. Die hat's auf jeden Fall nicht einfach im Tourbus. Da muss leider jeder mal rauf. Wir haben nämlich keine Frau, die bei uns mitkommt. Ja, die Banane, die schiebt sich immer DJ Snacks in Arsch. Und die Sonne darf dabei zugucken. Ich hab mir erst dann auf jeden Fall richtig einen reingepoltert. Ich bin heute Morgen aufgewacht, ich dachte, ich sterbe. Aber ich hab gerade schon eben zwei Gin Tonics gesoffen. Ich hab eigentlich wieder Bock, mir wieder einen reinzuschütten. Jägermeister, Träger weg, red nicht weiter, Träger weg. Sei nicht so ein Mädchen, Alter, klopp jetzt all die Dinger weg. Der letzte Gast in der Dorfdiskuté. Tret am Ratzwein noch schlaff in seiner komische Peel. Geile Chance. Du bist da hier hergekommen, ne? Ja, klar. Warum nicht? Der fährt jetzt hier in Frankfurt oder was? Der fährt in Darmstadt. Darmstadt. Findet der Verkehr im Darmstadt. Genau. Warum hast du das hier schwarz gemacht? Wie bist du Glück? Die sind aus Chrom eigentlich. Ja, hab ich da. Die werden geklaut. Ja, mega geil, ey. Schön klarer Kauch. Perfekt. Geil. Einmal hier. Willst du wirklich? Ja, mein Gott. Sehr, sehr geil. Sieht nicht gut aus, aber es wird Herz gemacht. Ich weiß, wer es gemacht hat und das ist echt. Also passt auf jeden Fall auf die Pappe hier auf, ja? Ja, definitiv. Jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Das ist ihre Aufgabe. Ich bin der Rasselbock. Und du? Kamerafuzzi. Mein Name ist Braulabomb und willkommen zu Jackass. Ich bin der Rasselbock. Ich bin der Rasselbock. Ich bin der Rasselbock. Ich bin so gespannt wie ein Flitzebock. Das kannst du dir gar nicht glauben. Also nachher heißt das einfach nur, wir sind hier und dann wird total eskaliert. Achim, hast du noch ein paar Tipps für mich für einen Auftritt? Bei einer großen Menge. Du hast ja schon öfter mal vor vielen, vielen Menschen gespielt. Also der beste Tipp ist trinken. Wasser. Okay, ihr müsst bescheiden. Das kann doch nicht sein Ernst sein. Okay, okay. Ich dachte jetzt, nee, okay. Wir sind hier, wir gehen nicht weg. Wir bleiben für immer, der Moment ist perfekt. Wir sind hier und leben im Jetzt. Es kümmert uns schon morgen. Wir sind hier und gehen nicht weg. Wir bleiben für immer, der Moment ist perfekt. Wir sind hier und leben im Jetzt. Denn dieser Moment ist perfekt. Wir sind hier, wir gehen nicht weg. Wir bleiben für immer, der Moment ist perfekt. Wir sind hier und leben im Jetzt. Denn dieser Moment ist perfekt. Heute mach ich einen Mann aus dir. Damit bekommst du, was du willst von mir. Dann bekommst du alles, was du willst von mir. Hör zu mir, es ist mir egal, wenn du dein Herz verlierst. Weiß der Geier oder weiß er nicht. Geilzinger, ich liebe dich. Geilzinger, ich liebe dich. Viel Spaß. Das ist so gut. Das ist so gut. Das ist so gut. Das ist so gut. Wer spielt für Mädchen. Es ist so gut. Dieser Mann klick. Der discourse ist so gut. Das ist so gut. Wir crafting ist so gut. Und hier. Der Mond. Das ist voll. Oder sie LANieren? Diese reindezinger sind so glücklich. Das ist dieühle meine reefie. Und während die好吧. Das ist toll. Bis zum nächsten Mal.